So, wir waren jetzt dabei ursprünglich. Können wir uns in den Seitenerminöse gucken? Okay, wir sind jetzt fast Rang 6. Uh, da kommen auch noch ein paar, ey. Haben wir schon Informationen über den ersten? Ne. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob er einen Zweihänder hätte. Gut, ich würde jetzt ganz gerne mit dem Schiff... ...was da ist. Wir brauchen noch einmal ein Piratenschiff. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das würde ich jetzt noch ganz gerne eben holen. Hekt zu! Händler. Apropos Segel. Das können wir verbessern. Und damit können wir einen weiteren... ...Schiffsmensch. Hier also... ...bissere Bootsleute auswählen. Aber wen? 4% Schiffspanzerung, Feuerschaden, Gesundheit für alle Seeleute. Das brauchen wir ja weniger. Schwachstellen, Erzeugung durch Sperre. Ne, ich will nur erstmal die. Sollte eigentlich echt ganz gut funktionieren. Dann machen wir mehr Sperrschaden. Und dann haben wir auch kein Geld mehr. Jetzt suchen wir Piraten. Oder Banditen, ist er gesagt. Genau. Bruderer, los! Hol das Segel ein! Ich brauche Schützen! Versfendet keine Pfeile! Haltet eure Waffen bereit! Angriff! Und displayed! Das ist ein Rangschaden. 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 Rangschaden. Das ist ein Rangschaden. Rangschaden. Das ist ein 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 Rangschaden. Oops. Das ist ein Rangschaden. Das sollte natürlich nicht zu hören sein. Oh. Ja, wir kriegen ja keinen Fallschaden mehr. Stimmt ja. Hab ich kurz Angst gehabt? Hab ich kurz Angst gehabt? der anführer entdeckt will ich einem kampf entgehen muss ich versteckt bleiben die frage ich glaube wir müssen schwimmen, oder? soweit ist er jetzt nicht ist eigentlich schneller das? oder einfach? das war jetzt gleich schnell Amorstein von Salamis das ist die Tafel hier ist betreten verboten bleib hier bleib hier bleib hier alter wie gut bestätigen damit hätten wir dich auch weg was war das denn jetzt? der hier, ne? wir haben Details über dich der Kultist ist ein Anführer, der sich einer Rebellion auf Delos gegenüber sieht hilft den Leuten in der Nähe und dann kriegen wir die Information Delos was denn? Delos da waren wir bestimmt noch nicht, ne? Delos da, Delos ja, das kommt noch so, der hat auch noch Informationen über den hier oh das ist aber ein netter Bogen, den der da hat das ist aber ein netter Bogen, den der da hat wir haben echt gute Waffen, muss ich sagen wo ist der? da, irgendwie ein Boyer egal nicht mehr verfolgen nicht mehr verfolgen gut so der hat auch noch Informationen über den hier setzt die Odyssey fort, dann finden wir den Midas wo war der denn? Midas auch da unten naja und der hat uns noch Ausrüstung gegeben die Skift Höchst Leistungsfähigkeiten Schaden plus 4% äh ne wir sollten die Gegenstände mal ins Schiff packen so das wäre am besten so und dann müssen wir mal eben kurz gucken um ein Mädchen zu finden ich brüchte nach ein Arzt ja das sind auch die zwei Orte die wir ab bereisen können wir hatten auch noch hier das hier wo befindet sich der denn? ach ja tut mir leid das ist leider hier einmal kurz wir sehen uns ne tschüss tschüss dieses Boot ist nichts für tiefe Gewässer ja kenn ich so wo war die wo war die Hirschkuh denn? erstmal den wieder nicht mehr markieren die war irgendwo ganz oben oder? ja haben wir auch noch was? hm hm ist im Lande der Arbanan Arban-ten mein Gott so okay da waren wir noch nicht das heißt wir können uns jetzt aussuchen ob wir jetzt um ein Mädchen zu finden machen oder erstens niemanden schaden machen wir damit an so 1600 Meter in diese Richtung genau da da sollten wir wahrscheinlich dann hinreiten nehm ich an aber wie schnell kannst du denn reiten? wir müssen nämlich so ein paar Meter zurücklegen Ella da ist der Weg und da in der Nähe war doch auch ein Kultist soweit ich weiß dann können wir den auch direkt da noch holen aber jetzt sprinte mal da geht schneller dann ist der schön adapt gründ sie werden nach mir suchen ich muss vorsichtig sein oh ja das stimmt die werden auch nach uns rufen die werden auch nach uns rufen hm erstmal da durchlaufen ich suche das Porneon im Korinth ja ja ähm die müssen wir jetzt als nächstes sehen da stoppt er auf und zu mal ich glaube ich dann immer nach ich werde jetzt gleich wieder eine Cloud Speicherung kommen ich denke mal einfalls über die Mauer und dann sind wir da ne Leute saß das sind die Heterin etwas über meine Mutter wissen ich sollte jetzt dann Tusa auswendig machen wo ist das Anführer ich das ist das ist ich das ist das ist das ist das ist das ist Achso, hier ist das Untersuchungsgebiet. Ja, hier können wir noch was von einer Frage stellen. Bist du Anthusa? Ich? Anthusa? Für dich kann ich alles sein, Liebster. Ich verlange weniger als die Heteren. Aber ich verstehe etwas von meinem Handwerk. Ihr Name sagt dir also etwas. Anthusa? Sie ist schon ewig hier. Aber ich habe sie nie getroffen. Ich weiß, dass die Heteren gleichgestellt zusammenarbeiten. Doch Anthusa ist besonders. Sie spricht. Die anderen hören zu. Wir sind die Heteren. Ich habe noch keiner Heteren getroffen. Glaub nicht alles, was du hörst. Sie verkaufen, was viele von uns in Korinth verkaufen. Doch für sie geht es nicht nur um den Körper. Sie sind Händlerin, wenn man so will. Sie sind gerissen und können so gut reden, wie sie aussehen. Das klingt doch nach einem guten Geschäft. Willst du keine Hethere sein? Ich bin nicht mehr die Jüngste, oder Liebster? Bis ich gelernt habe, was die können, empfange ich die Männer auf dem Totenbett. Wenn die Heteren nicht hier sind, wo finde ich sie? Die tragen die Nase doch viel zu hoch, um sich mit uns hier unten abzugeben. Wenn du eine willst, findest du sie auf dem Berg, auf Akrokorinth. Sie sind beim Tempel und halten Aphrodites Jünger bei Laune. Ja, das ist die Nase. Ja, das ist die Nase.